Musik Hallo, wie geht's dir gerade? Ich bin Granaten-Tischt. Und darauf habe ich mich auch wirklich... Da haben wir, sagen wir, drei Monate gefreut. Ich sehe dich noch ganz oft im Ankerhof. Und dann standen wir zusammen unter der Dusche. Das war das Fitnessstudio in Halle. Da stand Ingo und ich zusammen unter der Dusche. Und er hat die Bäuche seiner Mit-Trainierenden bewundert. Und hat gesagt, so einen Bauch werde ich niemals bekommen. Auf jeden Fall kann ich nichts mehr machen. In einem Betracht der Tat, dass Mitri der einzige Mann war in meinem Leben. Der mich so begeistert hat, dass ich kurz über Homosexualität nachgedacht. Wirklich? Das nenne ich ja eigentlich. Wie viele Kohle und Pinkeln hast du getraut heute? Wie viele? Kohle und Pinkel? Oh, 16, 17. 18. Ja. Dankeschön. Ja. Ja. Das war's. Irgendwann das muss er im Weißer. So? Ja. Das war's bei dir, oder? Ja. Aber nur Brückenschwütter zu kleiden. Glück, ne? Glück, ne? Das war's bei dir. So? Ja. ... ... ...